Ja, eine kleine Neuigkeit im LibreOffice, ist allerdings noch Beta-Status 5.3, ist jetzt folgendes möglich, man kann hier statt Symbolleisten Register anzeigen lassen, so wie man es aus Office ab der Version 2007 gewohnt ist. Dazu muss man hier was umstellen, unter Extras, Optionen, dann hier unter Erweitert, stellt man die experimentellen Funktionen an, dann wird das Ganze neu gestartet und dann ist es möglich zu sagen unter Ansicht, ich möchte ein Symbolband angezeigt bekommen. Also Symbolleisten aussehen, Symbolband, dann habe ich hier meine Registerkarten und ich kann natürlich hier oben hergehen und sagen, ich möchte hier die Menüleiste ausblenden, ich kann natürlich jederzeit die wieder einblenden, aber jetzt habe ich ungefähr dieses Aussehen, was ich aus dem aktuellen Word oder dem aktuellen Office kenne. Das Ganze kann ich natürlich wieder rückgängig machen, dazu brauche ich wieder meine Menüleiste, Ansicht, Symbolband, setze ich auf Standard und dann habe ich hier wieder meine Symbolleisten. Okay.